Du bist eh irgendwann am Arsch der Heide. Nee, ich bin unten. Oh, ich bin bald 19, fast in der Nähe. Guck mal, ich bin sogar links neben dir. Ach da. Pöppelchen brauchen wir dafür. Das Monsterfleisch kann ich nicht in die Kiste legen, weil wir keinen Platz haben. Jetzt haben wir nur vier Stück. Yo. Ich hab ein Lebens-Amulett gekriegt. Ja, das zieh auch mal bitte an. Komm auch grad zurück. Soll ich dir das Fleisch braten oder was? Hat das mehr gebracht? Keine Ahnung. Was, was ich für dich hab? Was? Hey, Schmetterlinge. Ach so, wegen Leben oder was? Ja. Und Essen bringen wir auch. Dann behalte ich mal zwei Stück noch. Ach so. Moment. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wir gehen hier hin. Dann willst du ja nicht so viel bezahlen. Hier das hier, ne? Das Zeug. Kann ich dir nicht geben, okay? Ich schmeiß das mal um den Boden. Kennst du das hier, ne? Kannst du auch hier reinwerfen. Nicht, oder? Ja. Ja, du brauchst diese viermalen. Das reicht übelst lang, das Zeug. Okay. Das hat nur grad ein bisschen gekostet. Hä? Kannst aber nix drin braten, ne? Ja, ist egal. Aber das heizt dich nicht auf, ne? Komm auf deinen, oben deinen Energie. Das kühlt einen ab. Ja, ja, das kühlt einen ab. Das ist für den Sommer gut. Aber das richtig, das macht richtig viel Flamme. Wo ist die Hand, wo ist die Hand? Da unten. Ja, ja. Aber wie gesagt, das, für den Sommer ist das ganz geil. Ja, lag, wenn es Sommer ist. Also wenn es Tag wieder wär. Naja, das ist aber, wissen wir ja. Ja. Das wissen wir ja schon. Wollen wir jetzt noch mal ein bisschen Holz sammeln. Hä? Ja, aber kein Holz gab, ne? Ich wollte nur ne zweite Kiste machen. Ich weiß nicht, wo ich mit den sechs Spinnnetzen hin soll. Oder hast du alle bei dir im Inventar? Ich hab in den Inventar welche, ja. Wie viele? Elf Stück. Ja, das waren dann alle. Also dann stirbt einfach und ich kann nix machen. Ich hab die ja noch im Inventar. Noch? Warum ist ja alles... Okay. Warum ist so viel Charcoal hinten? War ich. War wieder klar. Ne, da? Weiß ich jetzt nicht. Na egal, kann man gleich einen zweiten Kocher bauen oder so. Ja. Oh, da hängt so ein Ball. Ein Wüstenball. Komm her. Oh, noch ein Spinnensatz. Ja ja. Ich mag die Musik. Du bist behindert, ich weiß. Ich nehm meine Axt und hacke auf dem Stein ein. Ich brauch dann noch ein bisschen Holz. Dann bin ich stolz. Komm, wir nehmen einfach Beklopptmusik auf. Wir sind behindert. Ja, wir sind behindert. Behindert bis weiß ich. Oh, oh, ich seh ein Schweinehäuschen. Hallo Schweine. Wollen wir Freunde werden? Hey. Ich will um deinen Freund werden. Komm, hier. Nimm die Karotte. Problem ist, die Bienen sind gleich tot. Okay. Na komm, ist egal. Ich töte die, bevor die weg sind. Warte, 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 warte. Hast du schon? Ja. Ohne ich bekommen. Okay. Abigael, töte alle. Abigael, noch mehr Spinnen töten. Abigael, tu es. Soll ich mich? Abigael, töte sie alle. Wir brauchen 14. 10% mehr in Monsterfleisch. Hm, ich musste jetzt mal einige der Blumen hier wegnehmen. Warum? Weil ich kaum noch heran hatte. Okay. Also ich hab schon wieder 6 Monsterfleisch für dich, ne? Boah, Schmetterlinge hab ich ja hier. So ist das nicht. Und wieder Fangnetze. 3... Na, 4 Stücke oder so. Wirst du fahren. Das war ich zu viele Gräber ausgehoben hab eben. Hm. Deswegen sag dir ja. Was so viele Gehirn haben. Oder Blumen. 88 hab ich das gern jetzt. 89. 88? 88. Abigael, mach deine Arbeit und töte alle Spinnen. In der Zeit kümmere ich mich um einzelne Spinnen. Ja, ja. Mach du mal. Ja, ja. Ich denk hier mal. Oha. Nicht mich töten. Hey Miguel, komm schon. Was ist eigentlich Lightning Robot? Lightning Robot? Lightning Robot? Lightning Robot? Keine Ahnung. Was hab ich mich beim Gräber ausziehen gefunden. Naja, kriegst du immer so komische Sachen, die man noch nicht braucht oder weiß ich nicht für was. Hm. Death. Oh ne, ist der Tod. Den, den, den. Ich hab kein Speer. Kleine Rope. Wir haben zu wenig Platz. Ja, deswegen sag ich. Zum Holz sammeln. Aber ich suche ein, ich suche ein gutes Gebiet. Oh, nein, Tentakelgebiet. Nein, Moskitos. Uhuhuhuhu. Steht Moskito. Meine Fresse. Oh, mein Ping ist hier auf 118. Piu. Flash hat so einen Schaden. Ne. Ah, dein Ping geht aber grad wieder ein bisschen runter. So, nächstes Spinnnetz. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Komm jetzt mal wieder hoch. Tipp, tipp, tipp. Dann mach ich mal wieder hoch. Dann mach ich mal die Fresse. Mal die Fresse. Mach die Fresse. Manchmal hol ich mal ein bisschen schnelles Gebiet, damit wir einen schnellen Weg haben. Irgendwohin. Jo, mach du mal. Da auch schon einfach die Gebiete aus. Genis. Sieht ein bisschen blöd aus, aber egal. Ich mach mich nicht. Oh, ich sag mal, wie viel heil sei. Wie viel heil sei, haben wir jetzt eigentlich auch wieder noch vier Stück. Da lebt noch eine Spinne, das kann nicht sein. Was, eine Spinne am Leben? Kann ja gar nicht angehen. Ne, das kann doch nicht angehen. Ach, hier ist so ein Ding. Du. Boah. Ach mal Heilsalber. Ich kann erst mal eine Schlucken hier. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. ich glaube mit deinen spinnnetzen kommst du länger aus ich habe jetzt wieder 23 stück ich muss schnell nach oben schnell licht wir brauchen licht ach ja jetzt bringt ja meist erstmal aufwehren bisschen wir haben diesmal noch gar keine kanneke gefunden die kommen auch erst noch gar nicht wir kommen erst später oder so habt ihr eine tour mal weiter da oben so dass du siehst ohne kann ich ja die a reinwerfen und hat um das holz sondern das kann ich sagen hier ist auch so dass das umgepackt okay habe ich mich herausgenommen habe ich noch mal hergestellt so noch mal zwölf salben noch mal gold ein weil ich gehe dann gleich noch das ist ein bisschen holz